Liebe Leute, wieder zurück und wir sind auf dem selben Server, aber alles weg. Alles weg. Alles weggegangen. Toll, was machen wir jetzt hier? Du hast gesagt, du bist in Czerno? Ja, genau, ich bin in Czerno am Wasser, links von der Stadt. Wo bist du? Ja, ich bin... Ich bin neben dem Zombie gespawnt. Ich bin sozusagen beim Felsen. Hier ist der Felsen von Czerno. Kann ich ein Zombie auch hauen? Bringt das was? Klar, du kannst die wegboxen, habe ich das schon gemacht. Aber das ist ziemlich gefährlich. Wem? Ich bin... Ey, keine Ahnung, wo ich bin. Keine Ahnung, wo ich bin. Aber jetzt ist es die beste Zeit, um Sachen zu finden, ne? Ja, dann mach dich nach Czerno. Ich brauche noch ein ganzes Stück. Ich bin ja in Czerno gespawnt. Also fast in Czerno. Am Wasser halt. Na dann sammel du. Ich bin in Kamenka. Boah, wir haben schon wieder einen Arsch voller Leute hier drauf, ey. Müssen wir aufpassen. Kamenka! Kamenka war links unten, ne? Genau. Du musst jetzt rechts Wasser von dir halten und immer gerade, immer am Wasser lang. Dann kommst du irgendwann nach Czerno. Genau. Also immer den Bahnschienen entlang. Da warst du vor uns schon. In Kamenka. Mhm. Und dann kommst du dann in das Militärgebiet, da kannst du ja gleich mal ein bisschen looten. Da war ich aber hin schon, da war ja nichts. Ja, es ist halt doch, ich gucke jetzt gerade hier nach in dem Kaffee, zum Beispiel in deinem Haus, ob die Häuser wieder zu sind. Weil die ja nicht so gut sind. Scheiße! Was hast du denn jetzt schon wieder, Alba? Du musst schon erklären, was du hast. Du hast einfach immer Scheiße rufen. Ja, Zombie ist immer deswegen Scheiße. Ja, ich bin auch gespawnt und direkt neben mir stand ein Zombie. Zum Glück hat er mich irgendwie nicht registriert. Und ich bin dann ganz langsam rückwärts gegangen. Türen sind zu. Ja, die sind alle zu, ja. Du hast aber echt nichts im Inventar, ne? Außer halt die Taschenlampe. Ah, das ist halt Scheiße, wenn man da jetzt schön gesammelt hat. Ach du Kacke, jetzt habe ich eine ganze Horde hinter mir. Einfach schon. Ich habe eine Schaufel. Schaufel bringt gar nichts gegen Zombies, habe ich vorhin schon gehabt. Ich buddel euch alle tot. Am effektivsten ist die Beile, ne? Die Axt. Ein Schlachttot. Kann ich nicht irgendwie eingraben? Nee, du bist ja nicht, das ist nicht Kommandos. Das ist das falsche Spiel. Ich baue eine Falle, genau. Das kannst du bei Kommandos machen. Du buddelst ein Loch, da fallen dann die Zombies rein. Liegst noch ein paar tote Menschen mit drin. Ah, mein, hier liegen geile Sachen, aber ich kann nix nehmen. Buddelst ein tiefes Loch, ein paar lebende Menschen unten drin und die Zombies kommen schon von alleine. Die Idee ist ja gar nicht mal schlecht. Verpisst euch, ihr Penner. Penner? Penner? Ah, jetzt blutig er wieder, ja. Assise. Pennen die? Ist dein D-Shirt ausziehen. Geht ja nicht, die rennen mir hinterher. Ich zieh mein T-Shirt nicht aus, ich bin eine Frau. Ne, 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 ne. Die hat was drunter. Keine Sorge. Nein, ich bin auch eine Frau. Dann zieh ich das auch noch aus. Ich kann das D-Shirt ausziehen. Ich kann aber, mir rennen drei Zombies hinterher. Das ist wieder typisch Alpha. Los, sterbt, ich muss mich nackig machen. Ich möchte nicht, dass Zombies mir dabei zuschauen. Ey, typisch Alpha. Wer fällt mir da echt nicht ein? Ich will mich nackig machen. Alter. Boah, meine Frau klingt aber wie ein Mann. Das ist schon mal cool. Das ist schon mal cool. Eine Transe. Kenne ich irgendwo, ja. GTA. Oh ja, ich hab hier ein Dings. Neh mich. Aber die Haare sehen ein bisschen komisch aus. Das sieht so aufgeklatscht aus. Wenn ich ranzoom, dann seh ich ja die Haare von meiner Tussi. Das sieht aus wie, weiß ich nicht, voll gegelt irgendwie. Die glänzen so extrem. Natürlich hab ich jetzt wieder Durst. Ah, nervig. Dann muss ich noch ungefähr laufen, Onkel. Wie viele Meilen? Boah, das ist gerade von dort aus, das ist ziemlich ja weit. Okay, also 120.000 Kilometer. Mir ist gerade ein kleines Fauxpas unterlaufen. Äh, ich bin die Leiter runtergefallen. Jetzt bin ich rechts von Cherno. Ach, nein, Verzeihung, ich bin in Balota. Balota ist, ja, da kannst du ja... Links der Wild. Da kannst du links, äh, was? Ne, Quatsch, äh, links von Cherno. Ich hab das jetzt, ich verwechsel das gerade immer, Cherno und Elektro. Also Elektro war links, oder? Dann kannst du dich ja schon mal mit Crazy treffen. Nein, ich hab Beine gebrochen, ach man. Ach, scheiße. Was wollen wir eigentlich immer in Cherno? Das geht ja schon mal, wir wollen uns eigentlich nur treffen. Ja, ich wollte eigentlich dann von Cherno aus dann in irgendwelche Käffer gehen irgendwo, weil das ist Schwachsinn. Ich schaue, scheiße. Cherno ist also immer der Treffpunkt. Gut, gut. Na, weil du hier immer in der Nähe... Ja, das ist doch der beste Ausgangspunkt irgendwie. Ey, was mach ich denn jetzt? Kann man sich ja nicht selbst killen? Suizid oder sowas? Aber hier gibt's halt, wie gesagt, nur eine Map sozusagen, ne? Eine große. Naja, wie ich gelesen hab, sollen sich dann auch diese ganzen, was es alles gibt, das Lingor und das ganze Gelumpf... Soll alles dann... Ja... Als Inseln sozusagen. Ja. Ja. Was ich ja geil fand, war ja der Vulkan. Das war ja immer noch das Geilste bis jetzt, muss ich sagen. Ich glaub mich jetzt gleich nicht... Ja, stellt euch dann mal vor, wie wir uns finden wollen. So, ich bin... Willen wir sonst bespauen. Mal schauen, wo ich jetzt bin. Ja, vielleicht gibt's ja dann so ein Gruppensystem, das du als Gruppe spawst. Ich hab mich jetzt nämlich gekillt, weißt du? Ja, du hast ja gar die Beine gebraucht. Ich glaub, ich bin gleich in Cerno. Weil hier ist mir nicht der Anlegesteg, wo ich vorhin schon mal war. Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Ah, ich bin im Ballot da. Yay! Dann bist du ja bei Alpha. Ja, du müsstest ja dann auch. Ich bin grad bei den Zelten, da ist überall Zeug drin, weil halt der Surfer neu gestartet ist. Ich komm gerade zu dir. Unbedingt hierherkommen. Vorell. Gab's die damals auch schon? Was gab's? Vögel. Jaja. Aber da haben wir doch auch versucht abzuschießen. War auch nicht funktionieren. Da steht ein Tisch mitten im Dings. Tischlein, deck dich. Ja, hier steht ein Tisch mitten auf der Wiese. Töööö. Sag doch mal Tischlein, deck dich. Vielleicht steht ja dann ganz viel Fressen drauf. Ja, aber ist es nicht eigentlich besser, wenn wir oben lieber zum Militär sagen? Naja, Gott. Hier unten ist da auch Militär. Du brauchst ja erst mal irgendwas, womit du dann reisen kannst. Ist ja ein Weg bis da hoch. Brauchst ja Proviant. Nee, Militär. Ich mein doch, hier sind doch die Hangars auch. Ey, Alter, jetzt leckt hier bei mir alles irgendwie so komisch. Na, bei mir auch ein bisschen. Hm. Ich bin hier in irgendeiner... Ich bin in der Militäranlage. Ja, dann bist du bei uns hier auch. Über die ganzen Zelten. Irgendwo. Nee, keine Zelte. Also, verbisst dich, bitte, verbisst dich, bitte, verbisst dich. Ich hab Handschellen gefunden. Kann sie aber doch. Und ein Messer. Boah, geil. Ich hab eine Munitionsbox gefunden, aber die kann man nicht mitnehmen. Kann das Messer nicht einstecken. Das braucht zwei Schlots. Das zerreiß ich ja. Scheiße. Das ist ja kacke. Jetzt ist die Taschenlampe weg. Brauche ich die unbedingt? Nee. Bist du das hier mit dem Zombie hinter dir? Ja, Hilfe, Hilfe. Ja, ich komm nicht zu dir. Boah, jetzt leckt's, Alter. Halt mich fest. Ich habe einen großen Rucksack gefunden. Oh, die Batterien, die schmeiße ich auch weg. Oh, mein nek Arsch. Hab du gerade geschossen? Nein. Ich habe jetzt... Hey, was? Ich suche halt gerade irgendwas zum Verteidigen, weil du ja den Zombie da hinter dir hast. Ich habe ein Messer. Meuer hebt's nicht. Zum Verteidigen. Verteidigen. Baseballschläger, was ist denn effektiver? Basie oder Messer? Boah. Gute Frage, ne? Basie geht, denke ich, mal nach der Zeit im Arsch, ne? Also das Messer ist gegen Zombies ziemlich gut, aber meins war für uns einfach weg. Kann sein, dass das noch ein paar Stichen kaputt geht oder so. Dann nehme ich mal den... Boah, alter, frisst der wie das los. Den kann ich gar nicht einstecken. Doch, den stecke ich einfach in die Hosentasche. Pfff, 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 pfff. Pfff, 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 pfff. Muss ich jetzt auch nicht vollstellen, ne? Cool. Hoffentlich bist du das hier vorne. Wie? Ich bin in einem Zelt. Hier ist jemand. Ich bin in einem Zelt. Alter, hier liegt überall Zeuge und ich hab hier voll die Zombies am Arsch. Ey, hier liegt so viel Waffengelump. Ren doch zu dem hin und dass die den jagen. Boah, alter, hier liegt ein Hammer, hier liegt ein Schraub. Ich brauch einen Rucksack, alter. Bist du das hier, Onkel? Ich bin in einem Zelt. Ah, scheiße. Dann ist ja noch jemand, aber der hat auch noch keine Waffe. Alter, ich brauch einen Rucksack. Das wär im Optimaten nicht zu viel. Ja, tschuldigung, ich hab's auch noch. Jetzt verfolgt mich auch nicht durch. Ey, hier liegt zu viel Zeug, alter. Jetzt hab ich was zum Zuschauen. Ich bin der Schwarze, ne? Also nicht mich hauen. Du bist der Nischer. Ich bin hier. Pass auf, ich renne jetzt einfach mal schnell hoch zu den Baracken. Kommst du mit? Ja, ich sammle hier noch kräftig. Ey, ich hab hier grob alles abgelaufen und keine Waffe gefunden. Hab ich nicht hier gefunden. Ne, äh, Tasse. Steht hier, ein Smimovka-Cap. Ich hab aber nicht einstecken. Alter, ich brauch einen Rucksack. Ey, was? Na, wenigstens hab ich auch mal Starnak-Money. Ich hab auch schon, Muni. Hafenweise. Super. Also wie gesagt, ich geh schnell zu den Baracken. Vielleicht ist da ne Knarre. Will ich schon wieder n' Hammer rum? Muss doch irgendwo n' Rucksack in der Nähe sein. Ach, scheiße. Da sind auch schon Spieler. Geh ich mal hier ins Gebäude. Doch, hier muss ich drüber hüpfen. Da rum, der ist keiner. Haben die schon irgendwas, die Spieler? Ja, ich hab's noch nicht gesehen. Da oben auf dem Tower rennt einer rum. Lächst du gerade zurück? Ja, zu den Baracken, die da oben sind. Bei dem Landeplatz. Sollten wir lieber auf Nummer sicher gehen, ne? Bis jetzt seh ich nur den einen auf dem Tower drauf. Da läuft ne Frau mit ne Neger-Frau. Wieso rennen die so schnell? Wie in der Sommerer? Ich hab keine Neger-Frau. Ich hab ne normale Frau diesmal. Und ich hab ein Basie. So. Warum rennen die so schnell? Ach, die rennen alle irgendwie. Hier ist auch noch mal zu fressen. Hier sind, hier sind ne Menge Zombies. Wo bist du denn? Ich bin jetzt grad bei den... Bei den Baracken. Na, ich lauf auch grad. Bei Baracken? Oder meinst du bei den Hangar? Nee, bei den Baracken oben beim Baloda-Flugfeld. Nicht unten, bei den Zelten. Ja, ja, ich lauf grad. Wie ist ne Leiter? Der mal hoch. Das sieht immer noch so scheiße aus. Guck mal, ob auf dem Dach irgendwas rumliegt. Hast du bei den Baracken was gefunden? Ja, da drinne liegt ein M4, aber ich komm nicht ran. Warum nicht? Weil da ein Haufen Zombies sind. Ja, wo bin ich denn hier? Ich bin an einem Güterbahnhof, glaub ich. Ich so das Gefühl, weil hier mehr Gleise sind. Ich spring dir da hinterher, die Zombies. Lustig. Ja, wäre es schön, dass du jetzt gerade... Bitte? Brich dich aus. Ja, wenn du hier drinne bissl im Zickzacken läufst, dann packst du dich weg. Blute aber wie Sau. Ja, wenn du dir da war. Alles klar, wenn du das irgendwas haben, Ladiesspotrick ist, dass du dich ranne wards und der Sagstии호�